Musik 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 Mir hat besonders Martin Advent gefallen, weil jeden Tag im Dezimmer könnte ich knobeln und dann war ich nicht so lange gewandt. Musik Mir hat Martin Advent gefallen, weil man jeden Tag eine Aufgabe machen konnte, die cool war. Musik Mir hat Martin Advent gefallen, weil du tolle Preise gewinnen kannst. Musik Nächstes Jahr wollen wir wieder in Martin Advent mitmachen. Und du auch. Die Frage zu lösen ist sehr einfach. Man muss auf den Tag, der heute ist, drücken. Und man liest die Aufgabe und dann sieht man, welche Lösung richtig ist. Es gibt so vier oder fünf Möglichkeiten. Und dann siehst du am nächsten Tag, ob du die richtige Lösung hast. Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder bei Martin Advent mitmachen. Ich löse die Aufgaben, wenn ich an Weihnachten denke. Wir machen schon seit zwei Jahren bei Mathe im Advent mit. Und es ist sehr cool, mit deinen Freunden die Aufgaben zu lösen. Du kannst einzeln oder in Gruppen mitmachen. Und wenn ihr es besonders gut macht, bekommt ihr auch einen Preis. Mach mit dein Mathe im Advent! Wenn man gewinnt, kann man zur Preisverleihung nach Berlin gehen, was total cool ist und eine tolle Erfahrung ist. Mach mit bei Mathe im Advent! Mach mit bei Mathe im Advent! Wenn ihr euch bemüht, könnt ihr tolle Preise gewinnen. Ich habe zum Beispiel das letzte Mal diesen bekommen. Ich habe schon vier goldenen Rokunden und dieses Jahr werde ich sicher einen Preis gewinnen. Wir sind aus der DSB. Und wir haben als Klasse in Mathe im Advent mitgemacht. Und wir waren die Besten! Und wir waren die Besten! Und wir waren die Besten! Wir haben die Besten! Noch nie. 'reetn 4 5 6 7 6